Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Red Talk hier auf meinem Kanal Red German Player Frohe Weihnachten an alle, die das zur Weihnachtszeit gucken Und ich möchte einfach heute mal in diesem Red Talk ansprechen Wie ich denn so jetzt diesen letzten Monat mit den Videos empfunden habe Und ja, wie es jetzt weitergehen soll Ja, also ab heute tritt der neue Uploadplan in Kraft Das bedeutet, dass ich nach den Feiertagen wieder Videos nach Uploadplan hochladen werde Oder das erste Mal nach Uploadplan hochladen werde Bedeutet, es kommt nicht mehr täglich oder fast täglich ein Video Sondern es kommen halt dann an bestimmten Tagen, die dann in der Videobuchsschreibung stehen Die Videos Das ist auch ein etwas kleineres Red Talk heute Deswegen würde ich jetzt mal sagen, sprechen wir heute mal Würde ich einfach mal an Wie es letztes Jahr zu dieser Zeit bei mir auf dem Kanal aussah Da kam nämlich überhaupt nichts auf diesen Kanal Da habe ich überhaupt kein Video gemacht Weil ich letztes Jahr gar nicht aktiv war Aber wir können ja mal vorletztes Jahr reden Da hatte ich schon mal ein Video gemacht Ich glaube, das war ein Rainbow Six Siege Video Da ging es da drum Euch mal zu berichten Ich glaube, das war Euch zu berichten, wie ich Ich glaube, ich Rainbow Six Siege spiele Ja, also das muss man sich mal vorstellen Das war vor ein, zwei Jahren her Und nun sitzen wir hier mit einem Virus in der Hinterhand Und das Jahr ist komplett anders Und ich muss auch sagen, wenn ich mich so vergleiche Es ist hier Resümee aus meinen vergangenen Videos Muss ich sagen, meine Videoqualität hat sich allgemein verbessert Und das soll jetzt kein Einglop sein Aber ihr könnt ja gerne auch mal reinschreiben, wie ihr es so empfindet habt Weil es gibt noch ein paar Videos online natürlich Die könnt ihr euch mal angucken Die alten Videos Ich verlinke mal euch ein paar Oben rechts Wenn ihr auf Info klickt Und dann könnt ihr da mal reinschauen Und mal vergleichen, wie ihr so die Qualität von den alten Videos findet Und die mal mit den neuen Videos vergleichen Und dann mal gerne reinschreiben, ob ich mich verbessert habe oder nicht Ja, das Red Talk ist auch ein bisschen kleiner heute Weil es ist Weihnachten Und ich glaube, da sollte jeder seine eigene Zeit haben Ähm, ja Ich würde sagen Wir schauen uns nochmal so ein paar kleine Sachen an Also ein paar kleine Ziele, die ich mir setze für das neue Jahr schon mal Die werde ich aber, wie gesagt, nochmal ein extra Video ansprechen Und dann in einem anderen Red Talk Das ist auf jeden Fall noch als Red Talk geplant Was ich mir als Ziele setze auf YouTube und auch privat Ähm, ja und Dann Gucken wir mal, was Uns so beschert wird, sagen wir es mal so In Zukunft Also wie gesagt Am 26. und am 27. wird es ein Livestream geben hier auf Red Talk Player Um 18 Uhr kommt dann der Livestream am Samstag Und am Sonntag kommt dann der Livestream um gewohnte Uhrzeit 15.50 Uhr Also macht euch gerne drauf gespannt Schaut auf jeden Fall mal da rein Würde mich freuen Auf jeden Fall Ähm, ja und dann würde ich sagen Das Video soll auch nicht so lange sein Es ist Weihnachten Bleibt in einem engen Kreis der Familie Geht nicht raus Macht keine Feiern oder sonstiges Nicht, dass ihr noch von der Polizei erwischt werdet Außerdem ist Corona am Start Also Macht's gut Euer Dream Player Bis zum nächsten Mal Da wird das Red Talk auch wieder größer werden